Ja, hallo alle zusammen. Auch von mir mal ein kleines Feedback zu der Testwoche mit den beiden Brüdern Lang. Vielen Dank schon mal vorab. Es war eine sehr erfolgreiche Woche. Wir haben vom 25. Juli bis zum 1.8. die Testwoche in Anspruch genommen und hatten halt Stand 1.8. 63 Leads. Ohne das jetzt zu werten, finde ich das erstmal sehr stark. Von diesen 63 Leads hatten wir Stand 2.8. 33 Leute terminiert. Erst 4 waren runter von der Liste, das heißt der Rest war noch offen und war noch zu terminieren. Hier vielleicht als kleiner Tipp für alle anderen. Man muss bei dieser Sache von Aktionen halt relativ straight sein und viel nachtelefonieren. Also 5, 6, 7 Anrufe muss man schon mal investieren, um dann auch wirklich die Person zu terminieren. Und die andere Sache ist, man muss extrem schnell sein. Man muss extrem schnell reagieren. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen bei uns zu den Rahmenbedingungen. Ich habe es in meinem Standort in Melle gemacht, in der Bodysuit Melle. Ganz bewusst, weil wir hier die Kapazitäten noch haben. Wir haben erst im März eröffnet und deswegen war es mal eine ganz interessante Geschichte. Wir haben dort keinen Wettbewerber und von der Einwohnerzahl liegen wir ungefähr bei 48.000 Einwohnern. Das heißt also eigentlich eine kleine Stadt. Zwar eine sehr gute Kaufkraft, aber halt nicht so viele Möglichkeiten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen in diesem Fall nicht in die Qualität. Also wir bieten das Probetraining nicht für 9,90 Euro an, sondern kostenlos und hat gut funktioniert. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie viele Abschlüsse wir daraus machen. Dazu würde ich dann auch nochmal ein Feedback geben, aber ja, so viel erstmal dazu. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Bei uns hat es wirklich überragend funktioniert. Wenn es da weitere Fragen gibt, auch gerne an mich wenden. Aber ja, ich kann es nur jedem weiterempfehlen.